Hallo Freunde des Rasenballsportes. Ich habe mal wieder FIFA angeschmissen und habe tatsächlich ein paar Sachen erfüllt und habe hier diese wunderschönen 5 Packs bekommen. Die ballere ich jetzt raus und wir schauen mal, ob da was Gutes dabei ist. Wir fangen einfach mal mit dem seltenen Profi-Pack an und schauen mal, was drin ist. So. Wir haben einen Bayern Münchner Spieler. Wir haben Thomas Müller. Es müllert bei uns. Sehr schön. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Das fängt ja schon mal gut an. Auf jeden Fall behalten wir Thomas Müller. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir mal ein Bronze-Paket. Und dort haben wir einen Torwart von Wiesbaden. Es ist Amsiv. Sagt mir jetzt nichts, aber herzlich willkommen Amsiv. So, es war ein 12er-Packen, glaube ich. Das heißt, wir haben Amsiv. Wir haben hier Lolo's. Lolo's. Dann haben wir Sauer, Holte, Profi-Verträge, Trikots. Oh, sehr schönes Dortmund-Trikot. Prima. Nehmen wir alles. Erstmal. Zum Schluss können wir immer noch mal verkaufen. So, dann machen wir noch ein Bronze-Paket auf. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Wimbledon. Und wir haben hier Lakin. Okay. Sagt mir auch nichts, aber ich bin auch mit den ausländischen Sachen nicht so vertraut. Dann haben wir hier Holden Moore. Eine Managerin, Profi-Verträge von Lübeck. Borussia Dortmund-Coreo. Sehr schön. Ach, na, guckt euch das an. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Heute sind die Packs, glaube ich, richtig gut. So, dann machen wir mal das Gold-Pack auf. Und wir bekommen Brasilien. Das weiß ich nicht. Anna-Vitoria. Oh, okay. Auch die können wir wieder bei uns mit ins Team. Stefanovic. Okay, Profi-Verträge. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir aufwärts können. Waffen und Stadion. Thema von Red Bull Leipzig. Oder heißt es nur noch RB Leipzig? Ich weiß es nicht. So. Und das letzte Pack wird geöffnet. Gib mir was Gutes. Torwart. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Interessant. Einen neuen Torwart für uns. Dann haben wir hier... Okay, das kann ich nicht aussprechen. Junior At-Ye. Dann haben wir noch hier ein paar Choreos. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und Managerin Duplikat. Die können wir verkaufen. So. Da gibt es null Münzen. Ja, komm. Wenn wir das eh doppelt haben, dann brauchen wir es doch eh nicht. Ja, das war es schon. War ein wieder relativ kurzes Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr von den Ziehungen haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.